Das bin ich! Das ist er! Oh, diesmal sind wir glaube ich im Norden. Und es sprechen die Bahngleise dafür. Eisenbahn... Ich mag Züge! Was sollten wir tun, bevor die das mit uns machen? Ich habe ihn! Hast du die Orden? Ich habe ihn! Nein! Ja, ich wollte ihn schießen, aber er war schneller. Oder sagen wir es so, er hat weniger Kugeln gebraucht als ich. Ein bisschen Hilfe hier! Ich bleibe! Ich bin Feuer! Lauf! Ich bin Feuer! 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 Buh! Ich bin Feuer! Ich bin Feuer! Ich bin Feuer! richtung du in die eine hier in die andere da vorne sind bahn ist ein bahnübergang gehen wir dahin bahn ist auch ein bahnhof oder sowas du weißt dass wir das bereuen werden ob wieder der hubschrauber trafficator civilian boooom car front wo meinst du wo gibt es das alles noch banschien die dünn führen die doch gar nicht runter oder ein sehr schöner bahnhof hier ist ein weg das sind mit den banschienen folgen irgendwas explodiert da da läuft ein zivi bei deiner mine oder wir laufen hoch in den nahmen wo nichts ist schwein schwein ok doch ist du das so weil sie dahinter sind können wir eigentlich ran chargen oder ne die ist zu ne die ist zu da weil zusammen wird auch zwei einer im feld ist tot aber ich weiß nicht ob da nicht noch einer war nehm ich warte warte und ne mine wenn du brauchst wie gesagt ich hab einen ich hab eine nacht das gerät lass mal rein und gucken wo wir sind so bahn schienen mal auf irgendwo da oben jo ich hab uns gefunden werden wir in die andere richtung gegangen nee gar nicht quark ah doch ja ich weiß wo wir sind wir sind doch wir sind ganz oben im norden wir sind genau zwischen portvino und bereznik genau zwischen beiden zwischen bereznik nein 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 nicht ganz oben im norden wir sind im norden der bevölkerten teils die straße die vorhin gekreuzzt wenn wir die hochgehen okay wir haben hier drei camps zur auswahl alle anderen sind ganz im süden einer ist auf dem flugplatz und einer ist da bei dem holzfäller lager was wir vorhin umfahren haben das eine militär camp ist bei dem pass mit denen mit den schienen das andere militär camp ist genau die straße die vorhin zero zero wer da was hat auf dich gefeuert wo gefeuert wurde wo du tot bist wo gefeuert wurde los